Fifty Languages Sixty-seven Siebenundsechzig Siebenundsechzig Possessive Pronouns, two Possessivpronomen, zwei Possessivpronomen, zwei The glasses Die Brille He has forgotten his glasses Er hat seine Brille vergessen Where has he left his glasses? Wo hat er denn seine Brille? Wo hat er denn seine Brille? The clock Die Uhr His clock isn't working Seine Uhr ist kaputt The clock hangs on the wall Die Uhr hängt an der Wand Die Uhr hängt an der Wand The passport Der Pass Der Pass He has lost his passport Er hat seinen Pass verloren Er hat seinen Pass verloren Wo hat er denn seinen Pass? Wo hat er denn seinen Pass? They Their Sie Ihr Sie Ihr Die Kinder Die Kinder können ihre Eltern nicht finden Die Kinder können ihre Eltern nicht finden Hier Where come their parents? Aber da kommen ja ihre Eltern Aber da kommen ja ihre Eltern You Your Sie Ihr Sie Ihr How was your trip, Mr. Miller? Wie war ihre Reise, Herr Müller? Wie war ihre Reise, Herr Müller? Where is your wife, Mr. Miller? Wo ist ihre Frau, Herr Müller? Wo ist ihre Frau, Herr Müller? You Your Sie Ihr Sie Ihr How was your trip, Mrs. Smith? Wie war ihre Reise, Frau Schmidt? Wie war ihre Reise, Frau Schmidt? Where is your husband? Mrs. Smith Wo ist ihr Mann, Frau Schmidt? Wo ist ihr Mann, Frau Schmidt?